Du hast die beiden Filme gesehen und willst eine Erklärung für die Beobachtungen? Dann bist du hier genau richtig. Schauen wir uns nochmal die wesentlichen Beobachtungen an. Im ersten Film spritzt die grüne Universalindikatorlösung in den oberen Rundkolben und färbt sich dabei rot. Betrachtet man das Ganze in Zeitlupe, so kann man erkennen, dass mit dem Gummidruckball ein bisschen Flüssigkeit durch das Glasrohr in den oberen Kolben gelangt. Das Glasrohr leert sich aber wieder, zumindest kurzfristig. Plötzlich strömt das Wasser scheinbar von allein in den Rundkolben. Aber wieso? Zur Erklärung des Phänomens schauen wir uns einen vereinfachten schematischen Aufbau des Experiments an. Der Rundkolben ist mit Chlorwasserstoffgas gefüllt. Mit dem Gummidruckball wird kurzzeitig Druck auf die untere Lösung ausgeübt. Dadurch gelangt etwas Flüssigkeit durch das Rohre nach oben in den Rundkolben. Chlorwasserstoff löst sich in dem Wassertropfen. Dadurch reduziert sich das Volumen des Gases im abgeschlossenen Rundkolben und es entsteht ein Unterdruck. Dieser sorgt dafür, dass zum Druckausgleich der Normaldruck auf die untere Flüssigkeit weitere Lösungen in den Rundkolben hochdrücken kann. In dieser löst sich wiederum Chlorwasserstoff. Der Unterdruck nimmt zu, mehr Wasser strömt nach oben nach, darin löst sich wieder Chlorwasserstoff und so weiter und so weiter. Das einströmende Wasser ähnelt immer mehr einem Springbrunnen, weshalb dieser Versuch auch Springbrunnenversuch genannt wird. Doch was passiert jetzt eigentlich auf Teilchenebene? Aus Film 1 haben wir die Rotfärbung des Universalindikators noch nicht geklärt. Und das Ergebnis von Film 2 siehst du hier nochmal. Die Lösung von Chlorwasserstoff in Wasser ist also leitfähig. Damit müssen in der Lösung frei bewegliche Ionen vorhanden sein. Wie diese Ionen aus den gegebenen Molekülen entstehen, schauen wir uns am Modell näher an. Wir betrachten ein Wassermolekül, das auf ein Chlorwasserstoffmolekül trifft. Chlorwasserstoff ist eine Säure, also ein Protonen-Donator oder Protonen-Spender. Es gibt also ein H-Plus-Ion, also ein Proton, an das Wassermolekül ab. Dieses nimmt das Proton an einem freien Elektronenpaar auf und es bildet sich das Oxonium-Ion. Aus dem Modell kann leichte Reaktionsgleichung für den Versuch abgeleitet werden. Die direkte Gegenüberstellung zeigt nochmal die Teilchen, wie sie vor der Reaktion und nach der Reaktion vorliegen, also vor der Reaktion die Moleküle und nach der Reaktion die Ionen. In Summenformeln kann die Reaktionsgleichung wie folgt geschrieben werden. H2O plus HCl reagiert zu H3O plus plus Cl minus. Dass die Reaktion exotherm verläuft, kann durch ein Plus-E auf der rechten Seite verdeutlicht werden. Jetzt noch die Stoffe benennen und wir sehen ganz deutlich, dass aus einem Wassermolekül und einem Chlorwasserstoffmolekül durch Übertragung eines Protons ein Oxonium-Ion und ein Chlorid-Ion entstanden ist. Chlorwasserstoff ist der Protonen-Donator, also die Säure, und Wasser der Protonen-Akzeptor, also hier die Base. Wir haben also eine Säure-Base-Reaktion vorliegen. Übrigens, die Säurelösung, die hier entstanden ist, ist die Salzsäure. Und die Rotfärbung des Universalindikators kommt durch die anwesenden H3O plus, also Oxonium-Ionen, zustande. Aber jetzt ist wieder alles klar, oder? Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017